so da le bastelzeit heute gucken wir uns mal aus aktuellem anlass etwas aus der audio ecke an da musste ich mich in letzter zeit ein bisschen mit rumschlagen und zwar soll es heute gehen um die klinke also nicht die klinke die andere klinke klinkenstecker oder kopfhörerstecker oder wie auch immer ihr das nennen wollt ihr habt sie bestimmt schon mal gesehen das sind diese dinge hier werden in vielen bereichen für analoge audio anwendungen benutzt und ja da gibt es aber so ein paar eigenheiten die einem ganz schön da auf die nase fallen können und die wollen uns dann heute mal angucken erstmal was ist denn eine klinkenstecker das ist hier so ein ding das kommt dann in den kopfhörer anschluss rein haben wir hier irgendwo ein doch mal den hier gibt es solche buchsen die werden so reingesteckt klicken dann einmal ein und sind dann relativ fest die rutschen so schnell nicht raus und ja sind halt schnell eingesteckt man muss keine richtung beachten das ding ist entsprechend rund und ja eigentlich relativ zuverlässig natürlich wie gesagt analog also jetzt von der qualität vielleicht nicht das beste was man kriegen kann aber klappt meistens und hat über jahre ja auch gereicht um unsere kopfhörer zu betreiben fangen wir erstmal mit der größe an das hier ist den den ihr wahrscheinlich überall kennt der 3,5 millimeter die gibt es auch noch in kleiner in 2,5 millimeter die werden zum beispiel bei funkgeräten öfter mal verwendet und was es auch noch gibt ist die nummer größer 6,3 millimeter oder viertel soll das wird häufig bei mich pulten verwendet bei professionellerem equipment wenn man auf sowas hier geht es gibt noch ein paar andere bauformen aber die sind dann relativ speziell die werdet ihr wahrscheinlich eher nicht sehen technisch sind die alle identisch das heißt man kann auch hier einen passenden adapter holen gut das hier ist jetzt auf chinch oder rca gibt es aber auch anders da kann man einfach einen kleineren oder größeren reinstecken und kriegt den größeren kleineren stecker also die kann man hin und her da passend machen wenn ihr jetzt hier drauf guckt hier werdet ihr eventuell gesehen haben das hier ist aber auch unterschiedlich und da kommen wir dann zu den unterschiedlichen typen von klinkensteckern und da ist die englische bezeichnung dann eigentlich deutlich besser als die deutsche bezeichnung denn in amerika benennt man das ding nach der anzahl der pole die beiden hier das sind ts stecker in englisch das ist tip and sleeve wir haben die spitze hier vorne und hier hinten dieses lange teil in deutsch wird das auch mono stecker genannt den findet man häufig entweder bei kopfhörern die nur einen ohrmuschel haben oder bei mikrofonen ist es auch oft verbreitet der nächste wäre der deutsche stereo stecker der sieht hier so aus das ist auf englisch der trs stecker tip ring sleeve wir haben also den die spitze einen ring und dann hier hinten das äußere den findet ihr häufig an normalen kopfhörern mit zwei ohrhörern also stereo da haben wir entsprechend die beiden stereo signale allerdings kann der auch für eine symmetrische mono übertragung verwendet werden das findet man dann bei einigen professionellen mikrofonen auch noch deswegen stereo stecker eigentlich die falsche bezeichnung und in letzter zeit ist dann noch einer dazu gekommen nämlich der trrs oder auf deutsch der stereo stecker mit zusatzfunktion der hat dann entsprechend zwei ringe in der mitte den tip und die hülle außenrum der hier der ist meistens verbreitet bei mobilgeräten gerade bei handys oder so ist das üblich denn hier haben wir neben stereo audio auch eine leitung für ein mikrofon das heißt wir können gleichzeitig mikrofon und kopfhörer benutzen es gibt auch noch ein trrs wo wir drei ringe in der mitte haben der ist allerdings ja mir bisher so in der praxis noch nicht untergekommen so wie sieht das jetzt aus wie verbindet das ganze dazu gehen wir mal näher ran und hier können wir mal in so eine buchse reinschauen und wir sehen schon ein paar sachen haben hier einen seitenkontakt der hinten auf ein kabel drauf geht hier um greife dann sieht man dass hier hinten ist entsprechend das kabel an dem blech angelötet dann haben wir hier um eine pinzette jetzt ist im zweiten seitenkontakt der ein bisschen versetzt hier aufgebaut ist der geht ebenfalls hinten auf ein kabel und dann haben wir last but not least das ding hier also von der seite gucken das ist nicht nur seitenkontakt sondern der ist oben und unten wir haben unten ein blech oben ein blech und das jetzt insgesamt so eine u form geht es also nach unten und wir sehen auch diese form wie es hier gebogen ist da ist also so eine ecke drin und die ist wichtig wenn wir uns das einstecken dass ihr wieder seht drei kontakte also ein trs oder stereo stecker und dann würde ich sagen so ein holm uns auch gleich mal wenn wir das hier nebeneinander legen kann man denke ich schon grob sehen wie das funktioniert wenn wir den jetzt rein schieben dann sehen wir schon beim reinstecken da kommen da eventuell dinge die nirgendwo dran kommen sollten an andere kontakte also das ding ist nicht sicher um da irgendwelche sachen drüber zu machen wo es ein problem ist wenn da mal kurzschluss kommt aber wenn wir dann weiter reinschieben dann kommt ab hier so ein widerstand und das ist hier vorne diese ecke wenn wir die weiter reindrücken dann rastet dieser tipp dann entsprechend da ein jetzt ist das ding komplett drin zumindest mal wenn es noch am stück wäre hier nicht schön aber man sieht wie es aussieht auch ohne gehäuse wir haben hier hinten den seitenkontakt der jetzt hier zum sleeve kontakt macht wir haben den kontakt der zum ring kontakt macht und hier vorne dieses u macht kontakt zu der spitze und sorgt dafür dass der stecker nicht raus rutschen kann so bekommen unsere drei kontakte und die plastikringe hier dazwischen die als isolation dienen die sorgen auch dafür dass da sonst nix irgendwo kontakt macht weil ihr seht der ragt ja hier so ein bisschen drüber das hier ist aber eine reine buchse es gibt auch noch buchsen die ein bisschen mehr funktionen haben ich würde sagen die gucken uns dann als nächstes an und so sieht das ganze dann aus das ist eine buchse in dem fall aus einem raspberry pi ähnlich sind die aber auch in vielen laptops handys und so weiter verbaut und erst mal ist der aufbau ein bisschen ähnlich wir haben in der mitte unten so ein rundes ding das ist der seitenkontakt für den ring links haben wir so eine feder das ist der kontakt für die spitze und unten in der mitte seht ihr auch was metallen rausschimmern das ist für sleeve der kontakt der sitzt unten drin wo jetzt noch das plastik so ein bisschen drüber ist es sind diesmal aber noch mehr kontakte da und wenn wir hier mal schauen dieser seitenkontakt hat auch verbindung zu hier diesen metallpfosten der da hoch geht und genauso auf der anderen seite der spitzenkontakt ist ebenfalls hier auf den anderen metallpfosten verbunden allerdings gefedert das heißt also wenn wir da gegen drücken dann geht dieser kontakt auf das können wir auch schön sehen wenn wir den stecker hier reinstecken dann drücken die sich entsprechend nach außen verbinden sich zum stecker aber trennen die verbindung zu den beiden metallpfosten wofür ist das gut naja hier so kann der pc merken ob etwas eingesteckt ist oder nicht und das wird zum beispiel oft benutzt um zwischen internen lautsprechern oder dann zum beispiel einem kopfhörer umzuschalten kontakt da jetzt ist nur die frage ja was macht der kontakt denn nur eins was ihr euch merken könnt der sleeve also das hintere teil das lange das ist immer ground also die gemeinsame masse und entsprechend meistens mit dem metall gehäuse von eurem gerät verbunden das nächste was wir dann haben das ist der tipp das ist das erste audiosignal das heißt also bei mikrofonen das eingehende audio oder bei kopfhörern das ausgehende tonsignal und wir haben ja nur einen kanal also entsprechend auch nur mono wenn wir uns jetzt den stereo stecker angucken und die mal nebeneinander liegen so ein mono und stereo stecker dann sehen wir jetzt hier kam ja jetzt der eine ring dazu das ist auch gut so denn wir haben jetzt hier verschiedene audiosignale auf der spitze ist weiterhin audiosignal nämlich das für den linken ohrhörer oder beziehungsweise bei stereo mikrofonen der linke kanal und der ring ist der rechte kanal das schöne ist wenn wir jetzt hier uns das anschauen wenn wir einen mono stecker in eine stereo wuchs rein machen dann schließt der den rechten kanal kurz das heißt also wir kriegen nur auf dem linken audio ein signal und das rechte audio geht gegen null andersrum wenn wir den stereo stecker eine mono buchse einstecken dann wird entsprechend der rechte kanal gegen ground hier kurz geschlossen das heißt also wenn wir zum beispiel diesen stecker hier in ein mono gerät einstecken würden hätten wir nur auf dem linken kanal ton der bei uns rauskommt die sind also abwärts kompatibel beim trrs kommt jetzt noch einer dazu und bei dem wird es dann jetzt ungemütlich denn hier waren wieder die handy hersteller am spiel und wir wissen ja wenn handy hersteller auf standards treffen dann erfinden sie erstmal einen eigenen wie schon gesagt er hat einen zusätzlichen ring und man sollte jetzt ja eigentlich meinen dass wir im prinzip auch abwärts kompatibel sind das heißt vorne der linke kanal der nächste ring der rechte kanal der zusatz ring das mikrofon und hinten ground würde ja sinn machen das ist der omtp standard leider findet man den hier obwohl er sinn machen würde heute kaum noch heute findet man stattdessen ctia standard das ist der der bei apple bei vielen android geräten bei vielen notebooks zum einsatz kommt und da haben wir dann die letzten beiden vertauscht das heißt unser ground sitzt plötzlich hier und unser mikrofon hier hinten ist nervig aber müssen wir leider mit klarkommen technisch gibt es dann noch eine eigenheit und zwar was viele auch noch benutzen ist dem mikrofon und ground kann man mit widerständen überbrücken wenn wir zum beispiel das ding kurz schließen hier hinten dann geht er auf play pause wenn wir irgendwas mit so 250 oben drüber machen volume plus dann gibt es volume minus und spracherkennung starten das sind die vier tasten die meistens spezifiziert sind leider heißt das ganze auch dass da manchmal probleme geben kann das eine ist wenn wir hier so ein dreifachstecker reinstecken dann schließen wir ja das mikrofon hinten kurz mikrofon und ground das führt dazu dass manche geräte dann erstmal play pause machen weil da ist ein kurzschluss ist jetzt nicht so tolle aber müssen wir mit leben und das zweite problem wie gesagt es gibt zwei standards und je nachdem was ihr da gerade für einen adapter davor habt ihr seht ich habe hier zwei ich habe den und den hier die sehen erstmal gleich aus wir haben hier vorne eine TRRS buchse die entsprechend für handys gedacht ist und wir haben dann hinten einmal ein stereo out für einen kopfhörer und ein mono in für ein mikrofon und dasselbe auch hier aber einer ist cita standard einer ist der umtp standard und ja je nachdem welches gerät ihr habt funktioniert der eine der andere aber nicht ihr seht also auch wenn kopfhörer anschluss auf den ersten blick ja was ganz einfaches ist da gibt es doch ein bisschen mehr als man vermuten würde und auch was was man falsch machen kann in meinem fall war es halt der falsche adapter für diesen TRRS und ja lesson learned ich werde mir jetzt einen richtigen adapter besorgen dann kann ich auch den wieder benutzen denn glücklicherweise haben meine geräte noch so eine buchse und die wurden bisher hier noch nicht wegrationalisiert das heißt neue adapter dran ding einstecken und dann sollte das ganze auch hoffentlich hier das tun was es soll